Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Es gibt Neuigkeiten und zwar habe ich meine Promotionsvereinbarung unterschrieben. Das bedeutet, ich habe tatsächlich ein Exposé bei der Fakultät eingereicht. Ich habe mit meinem Doktorvater alles besprochen und das Exposé trägt den schönen, sehr konkreten Titel Erschließung von Qualitätskriterien für Lehrvideos in Online-Kursen zur Entwicklung systematischer Evolutionsprozesse am Beispiel des iBridge-Kurses am KIT. Ihr erinnert euch vielleicht, die iBridge-Videos sind diese vielen Videos, die wir gemeinsam mit den Geophysikern gemacht haben. Viele davon gibt es inzwischen auch auf YouTube, einige inzwischen sogar auf Englisch. Also wer sich dafür interessiert, kann sich in der Videobeschreibung die Links dazu zusammensuchen. Und was ich eben tun will, ist herauszufinden, wie wir jetzt solche Art von Online-Kursen, wie wir sie dort erstellt haben, systematisch evoluieren können. Das heißt, ich muss natürlich ein paar Qualitätskriterien identifizieren. Die sollten relativ einfach erfassbar sein. Das heißt, ich muss da bestimmte Kriterien operationalisieren und dann schauen, wie messe ich die. Und vor allen Dingen erstmal solche, welche sind denn relevant, dass man da vielleicht tatsächlich sowas wie eine Lehrevaluation durchführen könnte. Das bedeutet natürlich auch, dass dieser Katalog nicht zu umfassend sein darf, weil ja am Ende Studierende das Ganze bewerten sollen. Das ist also das eine. Da bin ich gespannt und auch gute Dinge trotzdem, wie das laufen wird die nächste Zeit. Aber ich halte euch auf jeden Fall hier auf diesem YouTube-Channel weiter auf dem Laufenden. Und die zweite große Neuigkeit ist dann, dass ich eben als Doktorand einen Schritt weiter an das Gebilde Hochschule gegangen bin und jetzt Teil eines promovierenden Gremiums hier am KIT bin, nämlich dem Doktorandenkonvent. Das ist quasi die offizielle Vertretung der Promovierenden an dieser Hochschule. Und hier am KIT ist der Doktorandenkonvent dezentral organisiert. Das heißt, jede Fakultät hat ihren eigenen Konvent. Und ich bin eben an der Fakultät für Geistes und Sozialwissenschaften angesiedelt. Gleichzeitig gibt es aber auch die Konventrunde. Das heißt, dort treffen sich dann die Vorstände dieser Konvente in regelmäßigen Abständen an der zentralen Anlaufstelle für Promovierende am KIT. Das ist das Karlsruhe House of Young Scientists oder kurz KISS. Das ist also hier relativ streng organisiert. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass man einfach als Promovierender oder auch Promotionsinteressierter Ansprechpartner hat und da Stellen hat, an die man sich wenden kann, wenn es Fragen gibt, wenn man Probleme hat und so weiter und so fort. Also das wird so in der nächsten Zeit auch Teil meiner Aufgaben sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.